ja meine freunde herzlich willkommen zu einem neuen angerissen heute mit heute haben wir pro evolution soccer 2016 und das mache ich nur weil kevin mich drum gebeten hat ich habe noch nie ein fußballspiel gespielt also ich habe mein letztes fifa war fifa 09 das habe ich nicht selbst besessen sondern zwei runden bei einem kumpel gespielt sonst habe ich keinerlei berühmungspunkte mit fußball das einzige was ich ab kann ist rocket league und das ist ja nicht wirklich fußball ihr werdet jetzt also eine hoffentlich nur viertelstunde unterhalten mit einem unglaublich schlechten spieler so x drücken das krieg ich noch in glaube ich gerade so dat in eins ich bin heim ich bin zu hause ja juventus fc gegen juventus ach nee ich kann ach das sind meine mannschaften jetzt ok also juventus aus roma fc bayern münchen ist die korentina ist bei maria brasilien frankreich also wir spielen hier die demo also nicht dass hier irgendwelche dinge aufkommen von wegen ich habe mir wirklich passkult nein das ist reines angerissen der demo ich nehme bayern münchen weil keine ahnung das ist der einzige verein der gerade was sagt aber ich kann mein gegner auswählen weißt du was da will ich ehrlich gesagt dann nehmen wir doch den hier bei der juventus ist der ja der ist überall schlechter als der ist noch schlechter also ort ist noch schlechter den nämlich bei maria ist dass das sieht nach einer fairen partie aus juventus stadion ein arena corinthas juventus ja das ist natürlich hier in der arena corinthians alter was zur helle trikot heim ja ich nehme das typische bayern trikot und die hier die sehen sowieso aus wie affen egal einstellung fortgeschritten ein amateur amateur anfängt was ich bin hier anfänger sieben minuten spiel länge von mir aus drei einwechseln spieler blablabla blablabla ist mir scheiß egal alter ich will muss hier strategie gucken schnell einstellungen schnell das das passt so ne ja leute leute das gar kein problem nacht nee ich will tag jahrszeit mir wane also ihr seht man kann anscheinend offensichtlich recht tief in art machen wir einfach mal anstoß hier bei freien eckstößen können sie mit l oder steuerkreuz die flugbahn des walds kontrollieren drücken sie l oder steuerkreuz um den ball einen links drei zu verleihen warum geht es da ok ich muss sagen das seht ihr jetzt nicht weil ich mit der sharefunktion aufnehmen aber die grafik ist nicht schlecht hier den den kann man auch den kann man auch das doch hier lahm ne bitte sagt mir dass es lahm ist damit ich irgendjemanden kenne wir laufen jetzt mal ein bisschen schneller machen hallo du holzkopf kleine sagt gerade jetzt mal doch mal weiter hier gehör nicht an neuer ich habe ich habe neuer im tor da kann mir gar nichts passieren neuer im tor ich bin unverwundbar ich bin unbesiegbar palmeras ja kommen ich kenne die hälfte nicht mal kristall robindu du 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 ist ja geil das ist der für name leute ich glaube ich werde nicht mehr ja ja ganz toll das hat aber nicht ganz gepasst mit der textur wo ich jetzt machen ich drück mal x ich bin auf dem ok auf x scheint man zu passen das mache ich auf quadrat schießen erste torschung direkt vergeigt ja so kann das laufen ist ja auch ja jetzt hau mal die pille raus ja hier hier ja um grätschen grätschen meiner ja der schiere ist aber auch ne pussy alter ist auch der der hat sich doch jetzt doch selber aufs maul gelegt jetzt können leute kristall du bist so ein lappen nein hallo warum sind spieler da hinten renne ich auch irgendwie kann ich irgendwie rennen na ja ja hau da raus rennen nee nee ja das sieht das sieht ein bisschen rennen nein ich wollte passen das ist doch fernando prass wirklich spiel mal ab jetzt zehnte minute noch kein togefallen gibt es gar nicht in bayern wünschen ja 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 nein du lappen gibt mir mein ball wie gibt mir mein ball wieder ich bin ja jetzt bin ich der da unten was das denn mein ball ja kommen dass sie doch dass sie gut aus nein also es ist denn hier alle ok ich bin damit also ich renne nicht wie ein battlefield das merke ich jetzt schon da ich bin der hier ich dachte man rennt auf einer schultertaste oder sowas ja genau schön ins aus das kommt das haben wir gern jetzt kann ich mir auch so ein bisschen baller volle pulle pulle was das war ja gar nichts ja du sollst zu deinen passen du bist rot wenn du farben blind bist meld das vorher ja dann kann man dann ändern man kann dir helfen kann man nicht aber egal ok auf 1 wechsel ich anscheinend das spiel macht so viel spaß ich kann gar nicht mehr aufhören ja jetzt nimm dem doch die pille weg ok auf kreis gerätschmann cool zu wissen warm ach ja jetzt holzuse ich habe neuer die band da hat mein power neuer wieder hier spaß am leben warm wo macht er der schiegel ich dachte was soll der du komische schwarze typ da auf dem feld der zahl aus als ob der einen anzug trägt fest 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 kommt 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 und jetzt neun oh man wiederholung ja das hätte als ob ich mir das elend noch mal ansehen will hallo das ist doch scheiße alles ja meine freunde das war auch schon besser heute blablabla das geht ja immer noch weiter habe ich einen elfmeter oder so was ach ne ich muss der darf schießen und ich geh ran oder auch nicht hier pass mal rüber wenn ich jetzt endlich wüsste wie man rennt so rennt man nicht der spielt sich da aber eine scheiß zurecht jetzt auch drüber du ach alter welcher vollpfosten war das weh muss direkt der schweini ja 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 der schweinsteiger der lappen kein gar nichts hier so ja genau immer hier den komisch grünen lappen da den ball weg ja das brav ich bin mal dahinten zu dem was abseits oder was ach man leute könnte mich mal das ist ich mal nicht so auf der warte da ist doch der torwart dahint man ja hier spiel du null kretsch weg ja so brav zu dem ja ich wollte zwar nicht zu dem aber ist ja egal das ist so lächerlich hier gerade was du was eine tragödie kommt man ja gar nicht drauf klar ey neun minuten sind wir jetzt gleich schon dran ja alter wenn mir jemand die steuerung erklärt vielen dank finde ich cool hätte ich mir vielleicht mal angucken sollen vorher ach weiß das ist die gelten sind immer top vorbereitet Lewandowski versaust mich der spielt gar nicht zu meinem Lewandowski spielt zum lahm der lahm spielt ins nichts wobei ja ja dann spiel doch zu dem da jetzt hau noch rein das wärs gewesen das wärs doch gewesen das seh ich doch von hier als nu nimm den Ball weg nimm den Ball weg nimm den Ball weg spielt euch da doch mal hä das muss ich eigentlich hier drücken jetzt ach auf 1 wechselte ich die spiele hat doch jemand was gesagt ach wir haben wir sind in der Nachspielzeit jetzt komm 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 letzte Chance letzte Chance und 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 nein ja meine Freunde das war die erste Halbzeit ok 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 ich kann jetzt gerade warten ich nutze die Pause um die Aufnahmen hier zu managen mal sehen den Clip speichern wir direkt Liste ist ja jetzt direkt hier weiter gehen und ich drücke jetzt auf X und drücke jetzt auf die zweite Halbzeit nur für die Synchronität damit das nachher gewacht bleibt Scheiße, die anderen Armutsstoß. Ich muss jetzt in die andere Richtung spielen, ne? So war das irgendwie beim Fußball, ne? Ja. Der arme Niklas hier, der hat nicht ein Fußballspiel gespielt und jetzt wird er noch erwartet, dass er hier so ein Pest testet, ey. Als ob ich das objektiv machen könnte. Krieg eh 5 von 5. Panther, Tatzen, leck mich am Arsch, was. Ja, ja. Komm jetzt, nimm, nimm doch die... So, ja. Hier. Nein. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Gib mir den... Blöder Wichser. Ich renne nicht. Ich passe einfach nur, ja? Das ist Taktik. Hat da gerade einer hier oder was geschrieben? Alter, jetzt... Mann, jetzt... Ich will auch mal den Ball haben. Müller... Ja, ich will... Nee, Raffiner? Was ist das? Meine Menschen würden jetzt sagen, eine typische FC Bayern-Partie. Krieg nix auf die Kette. Ich bin nicht so einer. Ich sehe das alles ganz neutral. Der FC Bayern ist ein Fußballverein wie jeder andere. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es nicht stimmt, dass insgeheim jeder die Bayern nicht mag. Ich weiß gar nicht, warum. Die sagen immer, die Bayern zerstören den Fußball, aber... Ich meine... Das ist ja schon irgendwie so ein Zeichen von schlechten Verlierern, ne? Wenn man das nicht abkann. Zu viel. Zu viel! Ja, da packst du dir zurecht an die Birne. Alter, Müller, was kann's? Ey, die Pappnase, was kann der eigentlich, ne? Frage ich mich jedes Mal. Ja, Alter, die Wiederholung ist aber langsam... Ich sollte mir echt mal in der Steuerung angucken, wie man rennt. Also, versprochen, das ist nicht mein einziges Match. Ich spiele gleich noch, glaube ich, mit der Nationalmannschaft von Frankreich. Nicht. Und davor werde ich mir die Steuerung dann angeguckt haben. Ja, nehm, 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 nehm die Pille weg. Renn ich auf X, Renn ich auf Quadrat, Renn ich auf Kreis, Renn ich auf Dreieck. Ha, so grätscht man. Grätschen kann ich, grätschen kann ich schon immer gut. Was? Gelb? Gelb für den Schweini? Gelb für den Schweini? Guck mal, der Lahm, der Lahm, der sagt das. Der sagt nämlich, wie es war. Der Wichser, der stand mir einfach im Weg. Guck mal, wenn ich an den Ball will, dann nehme ich den direkten Weg. Und das geht nicht um den seine Beine, nein, das geht durch den seine Beine. Das ist doch ganz klar. Alter, so ein Lappensport hier. Ganz ehrlich, können wir mal Rugby testen oder sowas? Das würde ich mal gern haben. Rugby. Ey, ist bestimmt viel geiler als der schon. Ja. Was ein Opfer-Move. Und der macht's rein. Nein, der macht's rein. Der macht's rein. Nein, nein, nein. Nein, lass doch nicht zu, dass die den Ball kriegen. Das war meine beste Chance im ganzen Spiel. So, mein Ball. Mein Ball, hab ich gesagt. Mein, Alter. Nimm den die Pille weg. Jetzt, nimm den Ball. Alter, der ist ja noch schlimmer als die Grundschule. Klesen. Ja, genau. Hand, nee, nix Hand. Hand, hier der Bayern, der macht jetzt. Da ist das Tor. Da ist das Tor. X, 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 x. Da ist das Tor. Ja. Ja. Ihr könnt nichts. Ihr seid meiner nicht würdig. Hahaha. Griffi sei er. Du klingst wie im Brotaufstrich. Ja, genau. Leute, 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 Leute. Da sind die Mengen am Toben. Zu Recht. Möchte ich behaupten. Guckt euch dieses epische Passspiel mit anschließendem Tor an. Alter, guck mal, da spiele ich zu dem roten Hemd. Und dann spielt das rote Hemd voll ins... Boah, Alter. War es Müller? Dann kann ich sagen, es hat gemüllert. Nee, das ist lahm. Glaube ich. Es hat gemüllert, Kinders. Es hat gemüllert. Und wie es gemüllert hat. Du, meine Mutter, hättest nicht besser machen können. Da freut er sich zu Recht. Und ich freue mich mit ihm. Weil er einfach ein krasser Typ ist. So. Och, guck mal. Das kann ich mir jetzt hier toll angucken. Oh, Alter, was ist das denn für eine Funktion? Das ist eine gute Kamera. Guckt euch mal das an. Das Ei. Äh, die Pille. Sieht schön aus, ne? Ja, ihr wolltet doch sicher mal die Gesichter sehen. So sehen sie aus. Rafinha, ja. Bernhard. Alonso. Ich dachte, es ist ein Formel 1-Fahrer. Lahm. Ja, guck mal hier. Kassier, schön im Profil. Oh, da bewegt er sich. Oh, in der Bewegung können wir den auch uns angucken. Guck mal nochmal hier. Ja, hast schönes Händchen. Das ist leider der linke Arm. Hätt mal jetzt bloßes... Oh, Schweini. Guck mal mit. Was? Einer. Ja, meine... Oh, 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 oh. Was macht der da eigentlich? Ich sehe ich gar nicht. Was geht hier gerade ab? Ich such mal... Ja, Müller. Müller ist, glaube ich, der, der... Er hat es nicht gemacht. Wer hat denn das Tor gemacht? Erstmal zurückspulen. Götze? Nee, Götze war es nicht. Lewandowski war es. Ja, meine Freunde. Es tut mir leid, dass ich den Müller gelobt habe. Es gebührt alles zu Lewandowski. Hier. Dem tollen Menschen da. Der das super hingekriegt hat. Guck mal da. Der ist doch ganz fixiert auf dem Ball. Boah, Alter. Der guckt echt, als ob er gar keinen Bock hätte hier zu sein. Ist doch so, oder? Wö, wö, wö. Jetzt gucken wir uns das mal an. Bäm. Jetzt... Da, Fernando. Prasse. Ja, hast du schön verkackt. Wollte mal die Fresse sehen. Ein Fluch. Alter. Was ein Hackgesicht. Was ist das? Also, Leute. Nee, Konami. Da musst du aber nochmal nachbessern. Boah. Wie sah das denn aus? Also, die Leute echt... Ja. Ah, da ist doch echt traurig. Ja, komm. Das ist doch viel lustiger. Lukas. Der hat das noch gar nicht mitgekriegt, oder? Dem ist eh alles scheißegal. Aber Tobi. Tobio. Der ist richtig... Der ist richtig gefrustet. Der hat es gerade mitgekriegt. Dem ist eh alles scheißegal. Der macht das hier nur für die Kohle. Ja, Mundzustin. Der ist ganz gelass... Alter, das... Gute Nacht. Ach, guck mal hier. Die haben sogar eine... Animation für die Augenlider. Ist das schön, ey. Diese Lio zum Detail. Die möchte ich überall haben. So, jetzt ist aber auch hier genug Spökes, ne. Das ist der Ball übrigens. So. Äh, Kreis. Kann ich das jetzt irgendwie auch überspringen? Option. Ah, Options. Da ändere ich das. Okay. Ja, noch ein paar Minuten zu spielen. Ich hoffe, das passt noch alles in die Aufnahme rein. Ja, komm. Komm, legen wir direkt nach, ne. Das Lauf, Lauf, du... Lauf, du L... Ja, da ist das zweite Tor. Da ist das zweite Tor. Das 2-0, meine Freunde. Da ist es... Da ist es die Geile. Oh ja, der... Hat der Lahm das gemacht? Hat der Lahm gemacht? Ich glaub's nicht. Oh ja, guck mal, da freuen sie sich aber. Ey, das hat... Hat haben sie auch verdient. So. Ja, komm, hier. Ja, super, du. Super, du. Es ist wieder eine schöne Animation. Auch guckt euch die Wiederholung an. Das ist so... Oh, das ist so toll, ey. Ich könnte den ganzen Tag gucken. Boah, ey, meine Freunde, ist das geil. Oh, ey, da geht er rein. Boah, ja, fett. Das hat gesessen. Und nochmal aus einer schöneren Perspektive. Ja, Lahm, ganz souverän hat er das Spiel an sich gerissen. Und läuft da an den gegnerischen Verteidiger. Wow, und ist ganz unerwartet, da rein zu ballern. Ne, da tun wir uns jetzt nicht nochmal an. Aber es ist eine schöne Funktion. Okay, wir haben noch ein paar Minuten. Ich muss aufpassen, dass die Playstation nicht die Aufnahme abbricht. Weil, wie gesagt, 15 Minuten ist für gewöhnlich Schluss. Sollen wir noch ein 3-0 machen? Ja, komm, 3-0 kriegen wir noch hin, ne? Hier, Lewandowski, du darfst nochmal. Ja! Nein! Hat da, hat da mein... Ach, scheiße. Ja. Ja. Richtig. Was kannst du kackt, Boon, eigentlich? Ich nehme alles zurück von eben. Von wegen, super Tor. Fünf in Arsch, Mann. Riecher, riecher Spaß, der Junge, ey. Ja, jetzt... Aber keine Eile, keine Eile, Mann. Keine Eile. Ja. Lieg dich schön aufs Maul. Ah, ich kann eine Ecke. Ah, jetzt seht ihr hier auch mal Ecken schießen. Ich kann nur Yoga mit der Ecke. Boah, Alter. Ein flach wird es hier demnächst. Tut mir leid, dass es diesmal so eine unterirdische Folge ist. Aber, ganz ehrlich, wenn Kevin sagt, hier, Niklas, mach mal PES, dann soll er sich nicht wundern, ja? Denn kriegt er halt so ein Qualitätsprodukt wie das gerade... Alter, du Idiot! Kriegt er halt so ein Qualitätsprodukt wie das hier. Deswegen auch, liebe FIFA- und PES-Fans, bitte keinesfalls ernst nehmen. Ich bin ein Idiot, der keine Ahnung vom Spiel hat. Und hier einfach nur Unterhaltung versucht zu bieten. Ah, jetzt mach doch, Mann! Oh, wir sind schon drei Minuten in der Nachspielzeit. Die drei Minuten sind Strom, du Idiot. Ja, komm, das war's. 2-0. 2-0. Ich muss sagen, ja, ihr seid scheiße. Ihr seid richtig scheiße, Leute. Da, zwei Tore. Guck mal, ich wusste gar nicht, dass die gegnerische Mannschaft 61%... Ja, doch, ich bin ja da so rumgekrebst. Aber ich hab 14 Schüsse gehabt. Fünf davon aufs Tor, die haben nur einen Schuss und auch nur einen aufs Tor. Okay, vier Fouls. Das ist jetzt so... Ähm, ja, halt, darf man jetzt nicht so eng sehen, ne? Also, von daher... Wollen die Leute nicht so aufregen. Ich drücke mal einfach für die Synchronität jetzt auf bestätigen. Das sind nochmal die Ergebnisse. Spielerbewertung. Philipp Lahm kriegt eine 7-5. Oh, das ist die Höchstwertung. In meinem Team. Wahrscheinlich geht's bis 10. Und hier, wo ist Lewandowski? Der kriegt nur 6-5. Immerhin besser als die meisten anderen. Der Lahm hat ja auch ein echt geniales Tode am Alleingang gemacht. So, meine Freunde, ähm... Sein FIFA angerissen gibt. Weil der hat nämlich zeitgleich mit mir die FIFA-Demo aufgenommen. Und wollte die auch relativ zeitgleich hochleihen. Zumindest hoffe ich das. Also, es kann auch sein, dass ihr wesentlich früher hier Pest zu sehen bekommt als FIFA. Gut, meine Wertung. Ich gebe... Ich bin mal großzügig heute. Ich sage, ich gebe 4 von 5 Pantern. Weil die Grafik hat mich doch überzeugt. Ich finde die Animation nicht schlecht. Ich konnte 2 Tore machen. Das ist für mich schon 2 Punkte wert. Mit der Grafik ist es der 3. Die Animationen sind der 4. Und 5. Punkt fällt mir nicht ein. Deswegen 4 von 5 Punkten. Und ja, dann würde ich sagen, zurück zum Hauptmenü. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.